Geht alles ein bisschen schneller Jetzt verbinde ich ihn jetzt hier Ihr sprecht jetzt mit Ormus Seid gegrüßt Aha, guck mal da kommt schon einer 89er, gut der hilft uns jetzt Der zieht uns jetzt durch Guck jetzt Oder er tut nur Mule Nicht genug Gold Ein ganzes Goldbezug Ja, wie kanns mehr Ne, der macht Der Mult wohl was Guck Der hat gemult Guck Guck mal ob da irgendwas liegt Da legen die immer was hin Ich habe das legendäre Seid gegrüßt Schade Schade Hehehehehe Tja Hahaha Hehehe 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 Jetzt schau' Ja So, ok Also dann Jetzt los 109 abheben 109 abheben 109 abheben So Wow Wow Beautiful map Verdammt ich Was kann ich für euch tun Was kann ich noch ein paar Tränke kaufen und so Na ja Na los Kann ich hier beim Ormus Kann ich auch Tränke kaufen Ormus Ja da war ich gerade vorher Für jeden hatte ich noch nicht genügend Geld Wo musst du dann Hallo Hallo Kann ich hier alles schön antworten Hier Wieder rein Ja Jojo Dann sind wir voll hier Shift Und Rechte Shift Rechts So, das reicht nur Gibt es gar keine nackigen Frauen Ja 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 War ich bescheid ne So, so War das der Tipp da Ich glaube das war der Diablo oder Ja 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 Oh die ratten männer sind es ausdauer elixier das ist immer gut das brauchen wir hier die saugen die wegen ein bisschen scheiße Ich bin hier. Ich bin hier. machen wir den so den anderen ja wohl Guck mal, da liegt ein Mask. Das muss man jetzt abgeben. Jetzt muss man die Yardefigur zu Kayn, ok der Kayn ist hier. Und dann... Geh ich... Schau wieder zu dem. Bleibt ein Weilchen und hör zu. Den muss ich nochmal anklicken. Und dann rausgehen aus dem Chat und dann nochmal anklicken. Geh ich nochmal an. Da, der Alcor. Alter, was hatte ich so einen Krampf jetzt? Da hinten steht einer in dem Häuschen. Hat er dir den Trank gegeben? Guck mal im Inventar nach, ob du einen hast. Ich hab ein Handelixier. Lebensdrang. Elixiertes Leben, sehr genau. Dem ich jetzt rechtsklick einhasch. Dauerhaft 20 Kp mehr. Das ist okay. Ich bin schon unterwegs. Das Tal ist offen. Das Tal ist offen. Okay. Ja, guck, liegt ein Schwengel. Große Schwengel. In der Hose. Ja. Riesenschwengel. He. Was macht denn der Dingo? Was macht denn der Dingo? He. 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 Uh. He. 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 69er aber der will uns vielleicht jetzt helfen wir gehen mal da hoch das ist aber die falsche höhle müssen in die binnenhöhle müssen wir aber erstes portal ist der wegpunkt aber das ist die spinnenmonster gruppe wir müssen aber in die höhle so gehen wir weiter auch da liegt noch ein amulett und Ah, das ist kaffee Ah, das ist kaffee Ah, das ist kaffee Ah, das ist kaffee Ich bin überlaufen Hast du ein Feuer? Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann Bist es, guck Ah, hier steht die Der gibt mir grad ein paar WPs Schinderdschungel hat er auch Das ist krass Schinderdschungel er mir gegeben hat er mir noch nix mehr unter kurast auch das ist auch gut mich ja 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 mal gucken wo sind jetzt in den wald zu jetzt weiter komm mal zu mir ich mache ein paar tal ich weiß nicht wo du bist 1000 schinder dschungel ja da bist falsch mein portal eine million gegner wo ich nicht ja aber ich kann nicht dir helfen kein portal noch ja aber wenn die laut wenn die renne wenn ich renne wegrennen muss von denen alles so gut dann kann ich jetzt ein portal gehen so komm mal mit wir müssen müssen nach trawinsel ich mach dir ein portal kommen wir hier mein portal ja es kommen halt noch mal das geht halt jetzt wenn da leute drin sein geht es ein bisschen schneller umschalten ich sehe da nichts ich sehe da kein portal tut mir leid in das portal stadt zurück und dann kommen in meinem portal war doch kann ich schon mal erklärt doch gerade in so einem portal drinnen gewesen ja jetzt schauen wir noch mal ich habe ja gesagt nur schwenken umschalten euch zu sehen welches die dunklen mächte hier werden das war nicht mehr vergift sonst war ich zu spät kannst du in das portal hier rein wo der da gemacht hat schwarzwälder ich hab docks von kurast schwarzwälder hier das gehen wir in die docks von kurast der kirche des hauses der will zwei kannst du da rein also dann springen wir mit kein hier ist okay vergesst nicht dass eure haupt es war wichtig hat es geklappt hat es geklappt jetzt nee warte mal jetzt jetzt kam rein in meinen portal jetzt hat es geklappt wunderbar gut nimmt das portal hier wegpunkt wegpunkt ja dann alles klar aber deine leiche zeit noch nicht ich bin über die krieg die krieg wenn du dich einloggst neu hier ins game aber das kann ja ich kann nicht nur mehr tragen eigentlich muss ich jetzt nur hier hinterher rennen ich bin überladen jetzt so viel plündern jetzt aber nur hinterher rennen wenn ich falsch rum falsch falsch zurück zurück kann ich nicht weil da sind zwei gegen zwei riesige doch gleich platz an vorbei laufe bin ich doch alles vorbei laufe jetzt weiter jetzt bisschen gas gebe ich kann nicht noch mehr tragen doch geht rein ich bin überladen kommt schon kommt ich stehe wieder lang komm jetzt so jetzt los geht ins portal nein nicht ins portal zum boss jetzt kommt der endboss hier schon ich kann nicht noch mehr tragen du bist tot du bist tot heil dich kein heiltrank oder was was hast du kein heiltrank ja hallo ja ich bin da ein heilen ja kann ich alles noch nebenbei ich muss ja auch das ding auch noch befehl ich muss ja auch noch das ding auch noch befehl ich muss ja auch noch befehl das dauert doch ich muss da anklicken das dort drauf klicken shift-klick geht's schneller shift-links-klick ich muss schneller einlösen du musst nicht jeder einzeln rein ziehen einfach mit shift-klick und dann klickt das automatisch unten rein ok ok so jetzt kommt der endboss du rennst schon wieder nach hinten falsche richtung ja ich musste mir erstmal ein schwert ausrüsten ausschnitt ich muss hinterher rennen ich mache das dann schon für dich du kommst zu spät ich weiß keine Ahnung wo ich bin ich irgendein Portal durch ja das ist ich geh wieder zurück ich mach dir nochmal ein Portal auf geh in die Stadt und mach das geh nochmal in die Stadt Mike ich bin die Stadt ich bin die Stadt ich bin die Stadt Kerker das Hasses Level 3 von mir Mann der ist gleich tot wenn du nicht da bist du kannst dann die Quest nicht abschließen wenn du jetzt nicht da bist du kannst dann die Quest nicht abschließen wenn du jetzt nicht da bist Vielleicht bekommt die Welt jetzt Frieden. Nimm dir einen Stein. Ja. So, und jetzt kannst du hier wieder herlaufen. Ich kann... Voll rein da. Ins Portal. Naja, das ist falsch. Ich glaube, das kann man auch nicht vergessen. Da blicke ich ja gar nichts mehr durch. Da blicke ich echt gar nichts mehr durch. Ich sehe da gar nichts mehr. Kerker des Hasses. Nein. Level 3. Kerker des Hasses. Da bin ich drin. Jetzt geht es da. Ist der Ausgang. Jetzt kannst du wieder gucken. So, ich gehe mal dampfen. Okay. Ich dachte, es geht zu lange. Ich habe getan, was ihr mir aufgetragen hattet, Tyrael. Ich habe den Tempel der Zarkarum gefunden. In den tiefsten Tiefen des Tempels fand ich eine dunkle Schar. Mein Gefährte, der Wanderer, Dalrascha und etwas ungeheuer Böses, das nur der Herr des Hasses selbst sein konnte. Mephisto, davon habe ich eine Stimme, wie tausend Nadelstiche ins Herz. Meine Brüder, endlich sind wir vereint. Die Fruchtbild des Infernus ist bereit und unser aller Sieg steht bevor. Möge der Weg zur Hölle sich auftreten. Das Blümsen, das einst getwiebt wurde, wird sich erneut verheben. In der Verteilung eines Mannes soll es wurde die Brümschuldigen wandeln. Und Schrecken soll alle erfüllen, die auf Erden sind. Und Schrecken soll alle erfüllen, die auf Erden sind. Feuer soll vom Himmel regnen und das Meer wie Blut werden. Die Lichtschaffenden sollen vor den Bösen fallen. Und die Schöpfung selbst soll vor den lohnenden Standarten der Hölle erzielen. Was ich sah, war für kein sterbliches Auge bestimmt. Die Torte ist bereit. Die Torte ist bereit. Die Torte ist wichtig. Geh jetzt. Bereite den Weg, mein Gott. Du bist der Vorbote unserer Rückkehr. Entsende deine Schrecken in die Hand. Die Schrecken. Die Schrecken, die Schrecken.